hallo liebe freundin der analogen unterhaltung willkommen zurück es ist berlincon zeit warum weil alles nach berlincon schreit genau wir sind nämlich hier noch im berlincon studio und ich habe den verdammt leon mit mir leo mit mir entschuldige mich gleich aber das war nämlich der test weil wir sind nämlich gerade ich muss ein bisschen rätseln denn wir haben nämlich die escape welt dabei wie ihr seht wir haben hier sehr viele schöne kleine ideen und puzzle bei sehr haptisch ich habe schon bock die sache auszupacken anzugucken ich glaube das machen wir einfach mal willst du vorher noch was erzählen darüber also was ist escape welt und was macht ihr hier sind entwickler und hersteller von escape oder quest spielzeugen quest spielzeugen genau also angefangen haben wir mit quest räumen wir haben immer noch welchen escape rooms richtig genau in leipzig genau und jetzt war unsere idee dieses feeling diese emotionen nach hause zu bringen zu den leuten so dass es escape räume genau im handlichen format ja geil ich sehe ich kann überall anfangen oder wo wir anfangen ja klar sicher ich nehme hier einfach dieses quest puzzle was direkt vor mir liegt ihr seht das kann man hier so einmal wenn man sich nicht so anstellt wie ich auspacken und dann hat man hier ein schönes kleines puzzle mit anleitung nehme ich stark an genau genau also hier eine kleine hilfestellung assistance wie das läuft genau so dass es jetzt hier sind jetzt mehrere produkte aufgezählt ja die quest pyramide die sehen wir nämlich hier genau und dann auch meinung also feedback ist ja garantiert auch erwünscht was sehen wir hier also also ein außergewöhnliches puzzle ein labyrinth puzzle heißt das wenn ihr das so bekommt aus der verpackung entnehmt einfach zack runter schütteln ach so das ist hier so eingelassen das heißt dann muss ich es danach wieder zusammensetzen genau das machen wir jetzt nicht weil dann ganz schön lange zugucken aber das gibt es in verschiedenen größen und mir wurde gesagt ist ein anderes genau also da seid ihr auf jeden fall locker eine stunde dabei wenn ihr euch anstrengt ja und wenn ich das alleine sehe dann macht mein gehund gerade schon verschiedene ganz viel geduld mitbringen auf jeden fall wenn ich mir hier die teile angucken wer natürlich ein fotografisches gelächtnis hat der hat daran keinen spaß weil er weiß nicht wie die teile eingesetzt sind aber ihr seht das kann man hier wenn ihr jemanden auf jeden fall beschäftigen wollt könnt ihr da auf jeden fall mal reinschauen und das ist dasselbe nur noch mal ein großes genau das ist excel variante und das ist die normale okay das heißt wenn das euch das wenn er das in fünf minuten schafft dann könnt ihr gleich das große dann habt ihr wenigsten zehn minuten spaß aber ich sehe hier noch boxen genau jetzt kommen wir zum interessanten teil zum interessanten teil der mann ist kein puzzler aber ich sag euch weihnachten kommt und wenn ihr am tisch sitzt dann wollt ihr puzzeln aber vielleicht wollt ihr auch eine box auf so dann machen wir fangen wir erst mal mit der space box an ja space boxen sind super ich liebe ja so ihr bekommt immer so ein beipackzettel ja das ist auch gut you can save the future of humanity genau also wir verraten euch nicht wie das wäre ja zu einfach das machen wir nämlich dann wenn die kamera aus ist genau richtig also da ist immer eine legende dabei eine geschichte so man das richtig da eintauchen kann die zeit rennt ist der letzte satz das heißt also ich habe jetzt gerade alles gelesen also hier drin steckt unser maskottchen der das ist die bubummumie die bubummumie genau und die space box befindet sich im weltteil und wie ihr hier sehen könnt kann ich die auch nur wenn ich wenig gravitation habe lösen oder ist das dann auch kannst du versuchen in jedem zustand wenn die schweben würde würdet ihr das lösen können aber so müsst ihr euch das ausdenken aber ich sehe schon man hat hier viele dinge die man sehen kann schieber wahrscheinlich muss man das bewegen kann es auch nicht dazwischen liegt und dann müssen wir gucken wie ich zeige euch das mal im detail das ist die box von oben also wir haben hier liebe wächstes das muss also weg wie kriege ich das weg hier ist es noch verschiedene dinge wir können hier drehen wir haben hier auf jeden fall einen schalter den werde ich jetzt nicht betätigen weil vielleicht fällt sie danach auseinander wir haben hier verschiedene zahlen codes die müssen wahrscheinlich irgendwo gefunden werden ja ihr habt es gesehen wollen wir es ziehen nein okay ihr habt hier auf jeden fall auch noch einen code wahrscheinlich müsst ihr den hier rauskriegen oder wie auch immer verschiedene dinge und alleine die handwerksarbeit die hier drin steckt die finde ich schon mega kann ich dir auf den kopf stellen was passiert passiert nichts okay und hier habt ihr wie bei einem schönen indiana jones teil wie müsst ihr laufen das werdet ihr rausfinden das müsst ihr garantiert auch lösen wenn wenn ihr diese box lösen wollt ich habe jetzt schon irgendwie wenn ich sowas sehe denke ich so geil und dann fange ich an und nach einer halben stunde denke ich bin viel zu bescheuert dafür haben wir auch tipps dafür habt ihr auch tipps genau die könnt ihr dann also abrufen wenn ihr nicht weiter kommt richtig cool ich finde ja sowas immer geil das ist die spacebox die ford noxbox ist dann sowas ähnliches das ist schon mal eine andere wer goldfinger gesehen hat ist dann natürlich direkt in seinem genau also das ist mit je das ist ein tresor nein mr bond ich möchte nicht dass sie reden ich möchte dass sie sterben ja und das wollen wir natürlich nicht denn ihr werdet höchstens von neugier sterben wenn ihr versucht in diesen tresor zu kommen die leute sind ja schon im feierabend wie ihr seht alex macht ihr schon wieder radau und wir haben hier also ein tresor der ja von vielen seiten jede menge rätsel vor sich gibt ich kann hier aber auch nichts raus wie irgendwas war locker gerade ja aber man denkt das ist ja mega ihr habt hier eine uhr denn nur der frühe vogel öffnet den sarg wollte ich gerade sagen aber es ist ja ein tresor und die illuminaten spielen auch mit also ist klar geht um geld die illuminaten genau das ist aber auch sehr schön das hat euch auf jeden fall schön genau steckt sehr viel arbeit dahinter auch ingenieursarbeit ja was kostet dann sowas wenn wir euch das bei euch haben 33 990 könnt ihr auch bei uns im online shop kaufen und wir verschicken auch weltweit hört hört genau und was das gute dabei ist man kann es immer wieder auseinander bauen wir zusammen gibt es auch eine einleitung für wie ich zusammenbaue du musst exakt die gleichen schritte rückwärts ja ja das ist ja richtig aber da müsste ich sie mir vorher aufschreiben damit ich sie zusammen wir haben auch videos dazu alles klar dann können wir es nämlich auch weiter verschenken oder richtig es gibt eine schnell lösung unter diesem code ja und dann kannst du eigentlich ziemlich schnell diese klappe abnehmen ein geschenk dort verstecken wieder zusammenbauen und verschenken könnte es also auch als geschenk box auch eine coole sache also ein doppeltes geschenk und zwar einmal das ist die box und einmal das was drin ist und jetzt kommen wir dahin wo alle hin wollen und zwar zu nach ägypten zu der swings und in die grabstätte weil alleine wenn man das sieht ist es ja schon immer so eine sache das wird das will man ja sehen ja ich weiß die der beleuchtungsherr meckert mit mir weil es dann spiegelt aber ich muss das ja irgendwie aufkriegen aber ich gebe das hier einmal bevor ich irgendwas kaputt mache das ding auf dem boden geht geht ganz einfach natürlich genau wie bei den ersten beiden gibt es auch sehr cool gibt es also diesen beipackzettel genau wie sieht das schon alleine das herzustellen das zu lasern und das so aufzubauen ist alles reine die handarbeit also wird in handarbeit zusammengebaut okay ich kann es hier natürlich auch schön in die detail sehen da sieht man sie noch viel besser ihr seht das ist ja so eine schöne 3d pyramide aber das lustige ist immer wenn ich das hier rein halte ist das immer so dann sehe ich unten immer noch schon was ja und das will dann immer mehr mehr und mehr will man da einfach rein sich also ich finde das kann man ja auch was verstecken drin als geschehen natürlich ist geil also ich finde das schon also könnte das in der grabkammer von diesem ding könnte das verstecken coole sache also in jedem spielzeug ist schon eine kleinigkeit drin ja damit das mit der geschichte überein passt ja also eine kleine überraschung habt das könnt ihr drin lassen oder austauschen dann könnt ihr das weiterverschinken wir haben also wenn ihr nicht so euphorisch seid mit diesen teilen könnt ihr wie gesagt hier die kleinen prüssel euch antun oder eins dieser schönen sachen und handarbeit ist immer was tolles und da muss man auch mal ein bisschen das ist das auf jeden fall wert und wenn ich eins sehe ich wüsste ich glaube ich würde garantiert mit der pyramide anfangen aber das ist meine meinung womit ihr anfangen könnt ihr auch in die kommentare schreiben ihr könnt auch wenn ihr wollt bei leon gleich auf der seite von escapeware die sache bestellen in versenden weltweit hat er gesagt sie sind auch auf der messe falls ihr auf der messe wart dann habt ihr sie bestimmt gesehen denn sie haben so kleine blättchen in holzform verteilt das waren die herren und ja wenn ihr noch fragen habt dann könnt ihr natürlich immer in die kommentare schreiben dann schauen wir da noch mal nach ansonsten sage ich vielen dank fürs zuschauen vielen dank fürs zeigen von den ganzen sachen sehr gerne ich danke dir für die einladung es gibt garantiert noch mehr videos die ihr gucken könnt falls euch noch mehr interessiert was so kommt weil es gibt so ein paar teaser und spoiler in die ganzen videos da könnt ihr auf jeden fall reinschauen ansonsten schönen tag euch habt euch wohl und wir sehen uns bestimmt im nächsten video wieder bis dann euer piet ciao Ciao.